Walter Kabel, der Tigerwagen. Der Detektiv Harald Harst. Gelesen von Gary Hungbauer. Das Perlmutterkästchen. In einer kleinen Konditorei in einer Nebenstraße des Leipziger Platzes Berlins saßen in einer Fensternische zwei Dienstmänner. Beide schon bejaht, der eine etwas bucklig. Sie sprachen wenig, rauchten billige Zegarn und tranken zum Kaffee jeder einen Kognak. Der Bucklige war Harald Harst. Der andere ich. Gestern Abend hatten die Wettgegner Harsts uns die neue Aufgabe gestellt. Und sofort hatten wir uns an diesem Morgen zu dreien an die Arbeit gemacht. Der Dritte befand sich zur Zeit als Beobachter in einer Anzeigeannahmestelle, ganz in der Nähe. Und dieser Dritte war der 15-jährige Karl Malke, Harsts Schützling und gelegentlicher Helfer. Ein waschechter Berliner mit der ganzen Frühreife und Gerissenheit des im Daseinskampf heranwachsenden kleinen Gassenbuben. Harst war heute zunächst allein tätig gewesen und hatte sich dann mit mir in der Konditorei Lipfeld getroffen. Bisher hat er mir über das, was er ausgerichtet, nichts mitgeteilt und nur leise erklärt, dass er Karl telefonisch herbeigerufen hätte. Fragen mochte ich nicht, wie es um unsere Sache stand, die allem Anschein nach nicht nur eine, sondern verschiedene geheimnisvolle Seiten hatte. Ich wusste, Harst würde schon sprechen, wenn es nötig war. Wir wechselten nur hin und wieder kurze Bemerkungen, Berlinerten dabei entsprechend unserem Kostüm und taten so, als ob wir bereits zahlreiche Gänge hinter uns hätten und uns ausruhen wollten. Es war jetzt halb fünf. Ich merkte, dass Harst ungeduldig wurde. Wir saßen hier nun bereits anderthalb Stunden, ich sogar fast zwei. Das Mädchen, das uns bediente, kümmerte sich nicht weiter um uns, da wir vorhin unsere Zeche schon bezahlt und ein gutes Trinkgeld gegeben hatten. Harst sah nach der Uhr. Sie müsste längst wieder fort sein, murmelte er. Und Karl sollte sich doch nur mit dem Chauffeur etwas anbiedern. Ich horchte auf. Also eine Dame, ein Auto und ein Chauffeur waren mitbeteiligt, immerhin schon etwas. Da tat sich die Eingangstür auf und ein blonder, magerer Junge, mit spitzer Nase und dunklen Mausaugen gekleidet, in die Uniform der Messenger-Boys, trat ein, verlangte am Buffet zwei Stückchen Torte und zog dann mit dem Päckchen wieder ab. Gleich darauf sprachen wir Karl, der bereits beim Verzehren des zweiten Stückchens war, in einer tiefen Hofeinfahrt, in derselben Straße an. Baronin van den Broek, heißt sie, erklärt er kurz, indem er den Namen Broek buchstabierte. Es ist ein für zwei Monate gebietetes Auto, Firma Scharper & Co., Wickleffstraße. Und sie fuhr nach dem Kaufhaus des Westens, fügte er hinzu. Ich sagte dem Chauffeur, ich wollte gern bei einer feinen Herrschaft in Dienst treten. Er hat sicher keinen Verdacht geschöpft. »Fandenbroek«, wiederholte Harst leise und sichtlich erstaunt, »darauf hätte ich nicht gerechnet. Also auf der Spur von Edelwild, desto interessanter. Sonst noch was, Karl? Ja, vielleicht ist es wichtig. Als sie herauskamen, schob sie einen Brief in ihre goldene Handtasche.« Harst ließ sich die Baronin genau beschreiben, und Karl tat's wie jemand, der genau weiß, worauf es bei einer solchen Beschreibung ankam. Dann konnte er wieder nach Hause fahren. Er war sehr enttäuscht, daß seine Dienste nicht weiter benötigt wurden, und ging zögernd davon. Er wohnte mit seiner Mutter, einer Witwe, hinten im Gartenhäuschen des Harstschen Grundstücks in Schmagendorf, Blücherstraße 10. »Nun kommen Sie an die Reihe, lieber Schraut«, meinte Harst und schritt dem Leipziger Platz zu. »Ah, ein leeres Auto, wie gerufen. Hinein mit uns. Chauffeur, ein bisschen Dalli nach Wittenbergplatz.« Der Chauffeur war einer von denen, für die es keine Geschwindigkeitsgrenze und keine Polizei gibt. Er fuhr wirklich Dalli, mehr schon wie der Teufel. »Also Ihre Arbeit schraut«, begann Harst wieder, »verargen Sie es mir nicht, daß ich Sie an Ihre einstige Handfertigkeit und Fingergeschicklichkeit erinnere. Sie müssen der Baronin, die wir hoffentlich noch im Kaufhaus antreffen, die Goldtasche abkneifen.« »Es geht nicht anders. Ich decke Ihnen dabei den Rücken. Haben Sie sie, stecken Sie sie mir zu und warten an der Gedächtniskirche auf mich.« »Ich war sehr rot geworden. Ich als ehemaliger Taschendieb.« »Wenn es sein muss«, meinte ich leise. »Ja, wir müssen Material sammeln. Recht viel«, lieber Schraut. »Denn ich kann Ihnen jetzt schon verraten, daß mit dem Namen van den Broek noch eine andere Geschichte verknüpft ist, die ich letztens im Club unter dem Siegel der Verschwiegenheit als Klatsch die Runde machte.« Als Karl den Namen Broek aussprach, fiel mir dies sofort ein. »Man muß als Liebhaberdetektiv ein so wohlgeordnetes Gedächtnis wie eine Kartothek haben. Sonst bleibt man stümper.« Vor dem Kaufhaus des Westens trennten wir uns, nachdem wir festgestellt hatten, daß ein elegantes Privatauto noch vor dem Eingang hielt. Ars schlenderte hinter mir drein. Ich kaufte schnell in der Wirtschaftsabteilung eine kleine Beißzange und dann machten wir uns auf die Suche. Die Baronin zu übersehen war nach Karls genauem Steckbrief unmöglich. Schon der große hellblaue Strohhut mit Reierstutz und gesticktem weißen Schleier mußte genügend auffallen. Ich wandte mich zunächst der Modenabteilung zu, dort nichts, nirgends. Selbst im Erfrischungsraum kein blauer Hut. Da betrat ich wieder die Straße. Vielleicht war das Auto bereits verschwunden. Nein, es stand noch am selben Platz. Der Chauffeur las eine Zeitung. Ars begrüßte mich jetzt, als hätten wir uns tagelang nicht gesehen. Dann flüsterte er, ich wette, sie ist nur zum Schein hierher gefahren und hat das Gebäude zu Fuß wieder verlassen. Schnell bewachen wir die Seiteneingänge. Ich schwenkte links ab nach dem Wittenbergplatz zu und ärgerte mich, weil ich nicht selbst darauf gekommen, daß der blaue Hut den Chauffeur nicht wissen lassen wollte, was sie eigentlich vorhatte. Ich war es dann, der das Glück hatte, ihrer Ansicht dicht zu werden. Sie kam sehr langsam mit einem schlanken Herrn daher. An der Art, wie dieser sich verabschiedete, merkte ich, daß es jemand war, der zu ihr mehr in geschäftlichen Beziehungen stand. Als sie den Hut lüftete, als ich das ganz kurz geschorene graue Haar sah, tauchte in mir eine Erinnerung aus meines Lebens dunkelsten Tagen auf. Die Baronin verschwand im Kaufhaus. Sie mußte an der Taschentuchabteilung vorbei, um den Haupteingang zu erreichen. Dort war gerade billiger Tag und ein großes Gedränge. Die Baronin bestieg ohne ihre goldene Handtasche ihr Auto. Ich holte Haarst vom anderen Seiteneingang ab und wir fuhren mit unserer wertvollen Beute mit der Straßenbahn heim, gebrauchten aber wie immer die Vorsicht von hinten, wo das Grundstück an ein Laubengelände grenzt, durch den Gemüsegarten das Haus zu betreten. Es war ein Uhr, als wir nun in Haarsts Arbeitszimmer die Handtasche besichtigten, ihren mannigfaltigen Inhalt auf den Tisch legten und Haarst plötzlich sagte, Aha! Sie hat sich aus der Anzeigenannahme der Plakatsäulengeschäftsstelle einen Briefumschlag geben lassen, hat ihn zugeklebt, aber die Adresse noch nicht geschrieben. Öffnen wir den Umschlag über Wasserdampf und holen Sie sich gleich von meiner Mutter ein Bügeleisen herunter, lieber Schraut, um den Umschlag nachher wieder glatt zu plätten. Unsere Enttäuschung war groß. In dem Umschlag befanden sich nur dreihundert Markscheine jener länglichen Ausgabe, die an der einen Seite ein weißes Viereck mit einem Helm geschmückten Krieger als Wasserzeichen hat. Hm, dachte Haarst, und hielt die Banknoten gegen das Licht. Dann verlangte er das Plätteisen. Es war zu heiß, und er legte über die Scheine noch einen Bogen Papier, glättete diesen nun, nahm ihn dann schnell weg und rief, Bleistift und Papier, Fixschraut, ehe die Schrift wieder verschwindet. In die weißen Vierecke der Banknoten war mit einer besonderen Tinte, die nur durch Erhitzung des Papiers sichtbar wurde, in englischer Sprache Folgendes geschrieben. »Tolu Tawa«, »deine ehemalige Herrin glaubt nach wie vor an deine Treue. Wie solltest du auch gegen die, die dir das Leben rettete, wohl treulos werden können? Bleibe noch einige Zeit in deiner jetzigen Stellung, wenn du vielleicht auch als Menageriewärter dich nicht ganz wohlfühlen magst. Ich brauche dich noch. Kehre erst nach Sundarbah zurück, wenn ich endlich wieder Ruhe gefunden habe. »Schreibe nicht mehr an mich. Ich bin von seinen Spionen umgeben. Wir treffen uns besser im Z wie früher. Oh, über diesen grundlosen Verdacht! Und all das Buddhas Lächelns wegen. Anbei 200 Mark für die Zeitungen und 100 für dich.« Harst hatte mir diese Mitteilungen der Baronin an Tolu Tawa diktiert. Jetzt sagte er, eine sehr energische Handschrift, die der Baronin Elinor van der Broek. »Ich möchte diese Frau kennenlernen.« Dann wurden wir zum Mittagessen gerufen, legten nur noch schnell unsere Verkleidung ab und wurden von Harald Harsts Mutter im ersten Stock mit Vorwürfen empfangen, weil die Suppe inzwischen kalt geworden war. Nun, Frau Auguste Harst hätte an derartige Unregelmäßigkeiten eigentlich längst gewöhnt sein müssen. Seit ihr einziges Kind seine amtliche Tätigkeit als Assessor aufgegeben und infolge seiner Millionenwette mit den Herren des Universum-Clubs lediglich noch den Liebhaber-Detektiv spielte, konnte von regelmäßigen Mahlzeiten nicht mehr die Rede sein. Wir waren dann gerade beim Fisch, als es klopfte und Karl Malke noch immer als Messenger-Boy eintrat und schon von der Schwelle aus rief, »Herr Harst! Herr Harst! Sie ist ermordet worden!« Er war ganz atemlos. Er konnte nur die Baronin meinen. Harst fragte daher auch nur, »Woher weißt du dies, Karl?« Der Junge wurde verlegen. »Ich bin etwas ungehorsam gewesen, Herr Harst. Ich wollte mich doch noch gern ein wenig betätigen. Deshalb fuhr ich mit der Straßenbahn nach dem Kaufhaus und trieb mich in der Tauentienstraße auf der Mittelpromenade herum, beobachtete das Auto, sah auch sie beide und nachher die Baronin, die einstieg und die vorher dem Chauffeur zoologischer Garten-Haupteingang als Ziel zugerufen hatte. Ich folgte dem Auto im Trab, fand es vor dem Zoo wieder, löste eine Eintrittskarte und suchte die Baronin. Am Affenhaus bemerkte ich schon von Weitem einen Haufen Menschen. Die Baronin lag dort vor einem der Käfige, hatte eine Stichwunde im Herzen und war tot. Sehr bald kam die Polizei und jagte die Neugierigen weg. Mich auch. Trotzdem hörte ich noch, wie der eine Kommissar sagte, eine furchtbare Wunde. Der Stoß muss von einem überaus kräftigen Manne geführt worden sein. Mehr konnte Karl nicht angeben. Die sonstigen Einzelheiten waren unwesentlich. Als wir dann in Harsts Arbeitszimmer wieder allein waren, meinte er, indem er sich in dem Clubsessel am Fenster fallen ließ und eine seiner geliebten Miraculum-Zigaretten anzündete, das anfänglich so harmlos erscheinende Perlmutter-Kästchen wächst sich also zu einem Kriminaldrama aus. Wiederholen wir kurz, was wir darüber wissen. Und dies ist weit mehr, als der Polizei bekannt sein und vorläufig werden dürfte. Meine Wettgegner stellen mir die neue Aufgabe. Was steckt hinter den seit zwei Wochen regelmäßig jeden dritten Tag an den Anschlagsäulen erscheinenden Plakaten mit hellgelbem Rand und Aufdruck? Für das Perlmutter-Kästchen 20.000 Mark. Und strengste Verschwiegenheit. Diese Plakate, 45 x 45 cm groß, hatten schon vorher, wie ich jetzt zugebe, mein Interesse erregt. Da wir aber mit den anderen früheren Wettproblemen gerade genügend beschäftigt waren, habe ich nur so nebenbei festgestellt, dass sie der Anzeigenannahmestelle von einer verschleierten, eleganten Dame, die sich Gertrud Müller nannte, übergeben worden sind. Als ich heute früh daher nach der Geschäftsstelle fuhr, war ich immerhin schon etwas unterrichtet. Der betreffende Angestellte, den ich mir heute beiseite nahm und den ich leicht etwas gesprächiger als früher machte, Haast meinte natürlich durch eine kleine Bestechung. Erklärte mir, die Dame wäre stets sehr ängstlich und würde vielleicht gerade heute, wie stets bisher, gegen elf erscheinen, da die Gebühren wieder zu bezahlen wären. Die Anzeigen selbst hätten immer ein Dienstmann auf einem Handwagen gebracht und deren Verpackung ließe sich darauf schließen, dass sie nicht in Berlin gedruckt worden wären. Wo wüsste er nicht? Und das wäre auch kaum herauszut bekommen. Da nun ein Junge weniger Argwohn erregt, wenn er etwas neugierig ist als ein Erwachsener, mußte Karl den Spion spielen. Was er beobachtete und so weiter ist bekannt. Dann unsere Erlebnisse. Wir stellen fest, dass die Baronin, die also nicht Gertrud Müller heißt, das Kaufhaus durch den Nebeneingang wieder verlassen hat, offenbar, um mit dem Herrn, in dem sie, liebe Schraut, den Privatdetektiv Schirmer wiedererkennen, sich heimlich zu treffen. Nachher fährt sie nach dem Zoo und wird dort ermordet. Wir aber finden in ihrer Handtasche die drei Scheine und darauf eine Mitteilung an einen Menageriewärter Tolutawa. Der Name klingt malaisch und die Baronin ist Holländerin. Holland wieder besitzt die Sunda-Inseln, das Hauptgebiet der Malayan als Kolonie. Dieser Tolutawa, ein früherer Diener der Baronin, soll erst später nach Sundaba zurückkehren, wird in der Geheimschrift verlangt. Zu beachten ist weiter, dass die Baronin von Spionen in dieser Mitteilung spricht, und von Buddhas Lächeln, schließlich auch von 200 Mark für die Zeitungen. Und nun noch der Club-Klatsch, den ich bereits vormittags andeutete. Der Baron von den Brog wohnt seit vier Wochen in Wannsinn in einer kleinen, gemieteten Villa. Er, ein früherer hoher Staatsbeamter, ist einige 40 Jahre älter als seine Gattin, die er erst vor zwei Jahren geheiratet hat. Sie stammt aus bescheidenen Kreisen. Der Baron, durch langen Aufenthalt in den Kolonien recht infällig, konsultiert hier in Berlin unsere gelehrtesten und teuersten Ärzte. Er kann sich's leisten, ist sehr reich, aber ein Sonderling. Vor 14 Tagen etwa soll es in der Wannsee-Villa zwischen den Paaren einen heftigen Streit gegeben haben. Man spricht von Eifersucht des alten Herrn. Die Baronin zieht daraufhin nach Berlin in ein elegantes Fremdenheim in der Bellevue-Straße. Dies wäre das, was im Club erzählt wurde. Sie müssen zugeben, schraut, der Fall ist recht unübersichtlich. Schaffen wir die nötige Übersicht. Fahren wir nach Warnemünde. Warnemünde? Was sollen... Mein durchaus gerechtfertigtes Erstaunen und meine begonnene Frage tat Harst mit einem später, lieber Schraut, ab. Die Menagerie Sellerheim Wir erreichten noch den letzten Zug über Rostock, langten um 11 Uhr in dem bekannten Seebad an, verließen unser Abteil und hatten an der Bahnsteigsperre eine geraume Weile zu warten, da der Reiseverkehr jetzt Anfang Juni bereits stark eingesetzt hatte. Als wir uns, eingekeilt in die Masse der neu angekommenen Badegäste, dem Ausgang schrittweise zuschoben, flüsterte Harst mir plötzlich zu. Rechts, der Braune. Ich wandte den Kopf. Durch mehrere Personen von mir getrennt stand da ein farbiger, mit billigem Strohhut, sehr hohem Kragen und knallrotem Schlips zu einem gelblichen Oberhemd. Er hatte ein faltiges, bartloses Gesicht, schwarze Augen und machte trotz der auffallenden, etwas komisch wirkenden Kleidung, – der helle Anzug war ganz großkariert – einen würdevollen, ich möchte fast sagen hochmütigen Eindruck. In der uns einkeilenden Menge wurde viel gesprochen, viel gelacht. Als gerade jetzt einen Moment Stille eintrat, hörte ich hinter mir nicht allzu laut Harststimme, die sehr deutlich einen Namen aussprach. »Tolutawa«, Des farbigen Kopf fuhr wirklich herum, aber er suchte mit misstrauischem Blick umsonst den, der ihn angerufen hatte. Ich merkte, wie viel ihm daran lag, festzustellen, wer ihn hier kannte, von all den fremden Leuten. An der Sperre drängte Harst sich rücksichtslos vor, und ich konnte beobachten, wie er hinter dem braunen, den die Fahrkarten einsammelnden Schaffner leise etwas fragte, wie dieser eine Fahrkarte Dritter kurz betrachtete und nun auch mir verständlich erwiderte, »Berlin!« Wir hatten jeder nur einen leichten, schmalen Koffer bei uns und unsere Mäntel überm Arm. Vor dem Bahnhof sagte Harst mir zu, »Also, es ist jener Tolutawa.« Er kam aus Berlin mit demselben Zuge wie wir und »Heute ist die Baronin gegen zwei Uhr nachmittags ermordet worden.« Das war eine Anschuldigung ohne Frage. Ich erwiderte, ganz recht, sehr verdächtig, »Woher aber wußten Sie, dass gerade in Warnemünde die Menagerie Sellerheim zurzeit gastiert?« beendete Harst meinen Satz, »weil ich in der Geldbörse der Baronin auf einer Karte in ihrer Handschrift fand, »Warnemünde, Seebad, Mecklenburg, Menagerie Sellerheim, Schaubudenplatz.« Sie als Holländerin traute sich nicht zu, diese Adresse richtig im Gedächtnis zu behalten, notierte sie sich daher auf der Rückseite ihrer Dauerkarte für den Berliner Zoo mit Bleistift, wo sie gar nicht auffallen konnte. Mir freilich doch. Hm, ich hatte diese Dauerkarte auch in Händen gehabt, aber die Rückseite hatte ich nicht beachtet. Harst fuhr fort, Dauerkarte, die Baronin ist also häufiger im Zoo gewesen, und wenn sie heute, obwohl sie doch soeben ihre goldene Tasche eingebüßt hatte, was sie doch fraglos sehr bald gemerkt hat, wieder den Zoo besuchte, so dürfte sie dort wohl nicht lediglich der Tiere wegen so gern geweiht haben. Ah, Tolutawa ist ohne jedes Gepäck. Nur einen Spazierstock trägt er. Wir brauchen ihn jetzt nicht weiter zu verfolgen. Wir wollen uns irgendwo privat einmieten, zunächst für eine Woche und möglichst Erdgeschoss, damit wir auch nachts ungehindert und unbemerkt ein- und auskönnen. Ein gewerbsmäßiger Wohnungsvermittler wies uns in der Nähe des Hafens an eine Witwe Klasen, wo wir dann auch in unserem großen Zimmer mit zwei Betten ebenso sauber wie behaglich unterkamen. Auch beköstigen wollte uns die Klasen, und das, was sie uns noch schnell als Nachtimbiss vorsetzte, ließ auf ebenso tasenlose Mittage hoffen. Unsere zwei Fenster lagen etwa einen Meter über dem Bürgersteig und hatten von innen Laden. Wir saßen bei offenem Fenster, aber geschlossenen Vorhängen, und Harst füllte gerade die Anmeldeformulare mit erfundenen Namen für uns Hoffmann und Schrenk, Kaufleute Berlin aus, als ich, der ich mit dem Gesicht nach dem Fenster zusaß, eine Hand bemerkte, die von der Straße aus vorsichtig den Vorhang zur Seite drückte. Auf dem Bürgersteig war in der nächtlichen Stille jeder Schritt eines Vorübergehenden zu hören gewesen. Seit gut zehn Minuten hatte ich Schritte nicht mehr vernommen. Deshalb arg wöhnte ich, der Besitzer jener Hand müßte sich ganz leise an das Haus herangeschlichen haben. Noch konnte dieser Mensch vom Inneren des Zimmers nichts erblicken. Ich erhob mich daher schnell, vermied jedes Geräusch, war mit zwei Sätzen am Fenster, bekam die Hand auch zu packen und rief Harst zu. Hierher, da will jemand! Ich werde den Faustschlag, den ich dann durch den Vorhang vor die Stirn erhielt, so leicht nicht vergessen. Ich stürzte hinten über, und der gelbe Vorhang samt der Eisenstange wurde mit herabgerissen. Mir brummte der Schädel derart, dass ich immer noch wie gelähmt auf den Dielen saß, als Harst wieder durch das jetzt vorhanglose Fenster hereinstieg, mir aufhalt und sagte, die Jagd war umsonst, der Kerl war längst verschwunden. War es eine braune Hand? Ich saß dann in einem altmodischen Plüschsessel und befühlte meine Stirn, stellte eine bereits ganz ansehnliche Beule fest und erwiderte, nein, es war die Hand eines Europäers, sogar eine sehr weiße Hand, und ich glaube, ich sah auch etwas wie das Funkeln von Brillantringen an ihr. Sehr möglich. So wie der Mann draußen stand, wird er die Linke zum Lüften des Vorhangs und die Rechte dann zum Boxhieb benutzt haben. Ihre Stellung, die beschraut, hat ihm ihr Schatten verraten, deshalb traf er so sicher. Der Kerl muss Riesenkräfte haben. Sie plumpsten wie ein leerer Sack um. Jedenfalls ein ganz netter Beginn unserer hiesigen Tätigkeit. Wir müssen nun leider schleunigst das Quartier wechseln. Ein Glück, dass wir alles Nötige fürs Maskemachen mithaben. Ich werde die Läden schließen und dann vorwärts. Gegen zwei Uhr morgens verließen wir Frau Klasens trauliches Zimmer durch das Fenster. Die Anmeldescheine hatte Harst verbrannt. Wir zogen den Fensterflügel und den Laden von außen wieder zu. Die Straße war wie ausgestorben. Wir wanderten mit unseren Koffern nach dem Bahnhof und setzten uns in den Anlagen auf eine Bank. Die Nacht war warm. Harst schlief im Sitzen und auch ich nickte zuweilen trotz der starken Kopfschmerzen ein. Nachdem der Frühzug von Rostock eingelaufen war, suchten wir gegen sieben ein neues Unterkommen, diesmal noch weiter vom Seestrand ab, dafür aber mit der Aussicht auf das lang gestreckte Riesenzelt, der Menagerie und die sechs großen Wohn- und Gerätewagen. Wieder war's eine Witwe, die uns aufnahm. Sie hieß Strick und war noch sauberer und gemütlicher als die Klasen, die so leicht Geld verdient hatte und ihre Gäste so schnell wieder losgeworden war. Wir hießen jetzt Hirsekorn und Schlacht, Bankbeamte aus Frankfurt an der Oder. Mit den Kaufleuten Hoffmann und Schrenk hatten wir nicht die geringste Ähnlichkeit mehr. Wir waren jetzt ältere, bärtige Herren mit viel Würde und von geringer Rätseligkeit. Die Menagerie war von fünf nachmittags angeöffnet. Alle zwei Stunden war Dressurvorstellung, wie man auf den Zetteln lesen konnte. Wir gingen gegen sechs hin. Der Besuch war sehr mäßig. Harst hatte sich dann bald mit dem Besitzer Sellerheim angefreundet, der uns sein Leid über die schlechten Geschäfte klagte. Er erzählte uns viel aus seinem reich bewegten Leben. Harst zeigte für alles Interesse, fragte, ob denn die Angestellten Sellerheims hohe Löhne erhielten. Besonders wäre dies wohl bei den beiden Dresseuren der Fall und so weiter. Jedenfalls hatte er den Mann bald da, wohin er ihn haben wollte. bei der Person des einzig farbigen Wärters. Ach, der Malaya Tolutawa, ja, das ist eine sehr brauchbare Kraft, wirklich. Er ist rein aus Liebe zu den beiden malayischen Tigern zu mir gekommen, die mein Stolz sind. Dort, das sind sie. Wir traten vor den Käfig und Sellerheim machte uns auf ihre Vorzüge aufmerksam. Als Harst fragte, weshalb Tolutawa, denn Sellerheims Meinung nach, lediglich aus Vorliebe für die gestreiften Bestien diese Stellung angenommen hätte, erwiderte der Menageriebesitzer, der Malaya wäre vor etwa zwei Wochen in Potsdam, wo damals Darstellung gegeben wurden, mit der Bitte zu ihm gekommen, ihn als Wärter für die Tiger zu beschäftigen. Er wolle auch nur einen ganz geringen Lohn haben. Nur deshalb behielt ich ihn, meinte Sellerheim. Er ist mit 30 Mark monatlich zufrieden und es macht sich immer ganz gut, wenn zu einer Menagerie auch ein Farbiger gehört. Er ist nur etwas sehr eigenmächtig, der Tolutawa, bummelt viel herum und scheint nebenbei noch Dinge zu treiben, die er streng geheim hält. Ich glaube, ich sah ihn gestern Abend auf dem Bahnhof, sagte Harst recht harmlos. Schon möglich. Er war von morgens an verschwunden und fand sich erst gegen Mitternacht wieder ein. Ihn zu fragen, wo er gewesen, hat keinen Zweck. Er sagt dann stets in seinem Sprachenmischmasch Promenade Tuwan. Tuwan heißt nämlich Herr, ist malaisch. Die Tiere waren sämtlich wie bei allen Wandermenagerien in großen Wagen untergebracht, die im Viereck aufgefahren, mit der einen vergitterten langen Seite nach innen standen, während zwischen den Rückseiten und dem Zelt nur ein schmaler Gang lag. Der Wagen, der bei den Tiger hatte, zwei Abteilungen. Links eine ganz schmale, rechts eine etwa fünf Meter lange und drei Meter breite. Die Lampen der eigenen elektrischen Beleuchtung der Menagerie waren sehr geschickt angebracht und gestatteten die Tiere wie bei vollem Tageslicht zu beobachten. Nachdem wir uns dann noch die Dressurvorführungen der vier Löwen und zwei Panther angesehen hatten, verabschiedeten wir uns von Selleheim. Harst versprach ihm noch, morgen wiederzukommen und zwar zur Fütterung. Als wir dann im Kurhaus auf der Terrasse Abendbrot aßen, als die See rauschte und die Klänge der Musikkapelle sich in das schwache Brandungsgeräusch mischte, sagte Harst, der sich ein paar Berliner Morgenzeitungen gekauft hatte, hin und wieder darin blätterte, ganz unvermittelt. Hier steht der kürzeste und übersichtlichste Bericht über die Ermordung der Baronin. Da lesen Sie, schraut, Sie werden in mancher Beziehung überrascht sein. Ich nahm die Zeitung überflog Folgendes. Gestern Nachmittag, kurz vor zwei Uhr, fanden Besucher des Zoologischen Gartens vor dem großen Affenhaus eine elegant gekleidete Dame mit einer Stichwunde im Herzen noch in den letzten Zügen liegend auf. Die Sterbende konnte noch ein paar Worte flüstern, von denen einer der Hinzueilenden eins als Lächeln verstanden haben will. Als die Polizei eintraf, war die Dame, es handelt sich um die Baronin Eleanor van der Broek, bereits verschieden. Es haben sich zwei Zeugen gemeldet, die einen Mann in Strohrut und kariertem hellgrauen Anzug eiligst vom Affenhause wegflüchten sahen. Einer der Beamten am Haupteingang besinnt sich nun, dass ein Farbiger in einer Bekleidung, die den Angaben der Zeugen entspricht, den Garten etwa eine halbe Stunde vor der später Ermordeten betreten hat. Da nun, wie weiter festgestellt ist, der Baronin van den Broek seinen malaischen Diener Tolu Tawa vor etwa zwei Wochen plötzlich wegen unverschämten Benehmens entlassen musste, richtete sich der Verdacht der Täterschaft auf diesen Diener, der jetzt eifrig gesucht wird. Es dürfte ein Racheakt vorliegen. Wir machen hier nochmals auf die Belohnung von 3000 Mark aufmerksam. Ich ließ die Zeitung sinken, schaute Harst fragend an. Er hatte ja vorhin gesagt, sie werden in mancher Beziehung überrascht sein. Nun, schraut, meinte Harst, wie stimmt denn dieser Verdacht mit der Vertrauensstellung überein, die Tolu Tawa doch fraglos bei der Baronin noch jetzt bekleidete, bei seiner Lebensretterin. Schlecht stimmt's überein, sehr schlecht. Harst winkte dem Kellner, zahlte hastig, stand auf. Wir müssen nochmals nach der Menagerie hin, sagte er leise. Es ist doch zu erwarten, dass auch die hiesige Polizei Berliner Zeitungen liest und dass vielleicht der Malaye bald verhaftet wird oder schon verhaftet ist. Jetzt gegen acht war die Menagerie ganz leer. Wir setzten uns auf eine Bank vor dem Tiger Käfig und schauten den dunkelgelben Bestien zu, die ruhelos in der großen Abteilung hin und her schlichen. Dann kam der Malaye jetzt in einer Art Heimatstracht mit Turban und öffnete die Verbindungstür nach dem kleinen Verschlag, trieb dann die Tiere lediglich durch Zurufe hinein, ließ die Falltür wieder herab und säuberte den großen Käfig, in dem er von dem Gange aus hineinging mit Sägespänen und Wasser. Während er noch damit beschäftigt war, erschien ein neuer Besucher, der nach prüfendem Blick auf uns dicht an den Käfig herantrat und den Malayen anrief. Dieser zuckte zusammen, kannte offenbar den schlanken großen Herrn nicht, machte ein sehr argwöhnisches Gesicht, das jedoch schnell den Ausdruck wechselte, als jener ihm etwas zuflüsterte. Die beiden tauschten sehr erregt kurze Sätze aus, worauf der Herr die Menagerie langsam nach flüchtiger Besichtigung der Tiere verließ. Tolutawa aber beendete seine Arbeit nicht, sondern eilte den Gang entlang und kehrte nicht wieder zurück. Harst zog nach geraumer Weile die Uhr, sagte, »Fünfzehn Minuten ist er weg und er hat nicht einmal den Besen mitgenommen, hat auch die Tiger in dem kleinen Verschlage gelassen. Der Herr hat ihn gewarnt, denke ich mir, und der Malaye sucht nun zu entkommen. Und der Herr, mein lieber Schraud, trug am kleinen Finger der linken Brillantringe, hat uns beide sehr argwöhnisch gemustert und dürfte vielleicht der Boxer von der verflossenen Nacht sein. Er erhob sich. Da kommt auch Sellerheim mit zwei Männern. Die sehen mir sehr nach Beamten aus. Räumen wir das Feld. Ich möchte den Herrn mit dem Brillantringen suchen. Sellerheim sprach uns an, raunte uns zu. Eine nette Bescherung, der Malaya hat gestern in Berlin eine Dame ermordet. Und er hat mir vorgeschwindelt, er wäre, bevor er bei mir Stellung suchte, in einem Zirkus angestellt holländischen Baronen. Als wir über den Platz den Häusern zuschritten, flüsterte Harst plötzlich, da steht er. Und wirklich, es war der schlanke große Herr. Natürlich beobachtete er, was die Polizei unternimmt, erklärte Harst leise. Tun wir das gleiche mit ihm, nämlich beobachten. Der Herr, er hatte blonden Spitzbart und war tadellos angezogen, ging nach zehn Minuten davon. Eine halbe Stunde später wußten wir von dem Portier, daß er im Hotel Meeresblick seit gestern Abend wohnte, daß er mit dem letzten Zuge von Berlin gekommen und ein holländischer Ingenieur namens Peter Bleulenhoek war. Der Tigerwagen Bleulenhoek hatte sich auf die halbkreisförmig vorspringende Hotelterrasse gesetzt und dort sein Abendbrot eingenommen. Wir sahen, daß er tief in Gedanken versunken war. Nachdem Harst dann dem Portier durch einen harten Händedruck gesprächig gemacht hatte, kehrten wir nach unserem Heim am Schaubudenplatz zurück. Harst war wieder ganz der große Schweiger. Er öffnete beide Fenster und zog die Vorhänge zu. Dieses Häuschen war von so ehrwürdigem Alter, daß seine Fenster nur etwa einem halben Meter über dem Bürgersteig lagen. Der Ehrwürdigkeit des Hauses entsprach die Stubenbeleuchtung. Petroleumhängelampe! Wir hatten seit langem nicht bei solch gemütlichem rötlichen Licht gesessen und Harst lobte die gute alte Zeit, wo es noch kein kaltes Gas oder elektrisches Licht gegeben hatte. Nach dieser kurzen Bemerkung beschäftigte er sich wieder mit seinen Zeitungen. Wir waren noch an einem Zeitungskiosk gewesen und Harst hatte hier alles gekauft, was er von Provinzblättern vorgefunden hatte. Es war ein gehöriges Paket und ich grübelte umsonst darüber nach, was er in diesen Zeitungen wohl suchen mochte, die er recht genau durchsah. Dann ließ er ein befriedigtes, vielsagendes Aha-Vernehmen, legte die Zeitung, die er gerade in den Händen hatte, beiseite und setzte seine Lektüre desto eifriger fort. Ich selbst, der bei diesem, unseren neuesten Problem, nicht wieder wie bisher, bis zum letzten Augenblick, das heiß bis zur Stunde, wo Haas die ganzen Zusammenhänge enthüllte, verständnislos seiner Arbeit zuschauen und ihm, bei deren einzelnen Abschnitten ebenso ahnungslos helfen wollte, ich selbst hatte mir einen großen Bogen Briefpapier hervorgesucht und darauf alles fein säuberlich, möglichst logisch geordnet, was wir über den Fall Perlmutter-Kästchen bisher ermittelt oder sonst wie erfahren hatten. Da ich meine Niederschrift sehr oft verbessert hatte, übertrug ich sie nachher ins Reine. Ich war damit gerade fertig geworden und gerade hatte der Regulator an der Wand mit einem blechernen, klingelnden Schlage die letzte halbe Stunde vor Mitternacht angekündigt, als Haas sagte, die Tiere in der Menagerie sind sehr unruhig. Hören Sie nur, Schraut, wie dumpf die Löwen brummen und wie scheußlich die Panther jaulen. Ich hatte mich dadurch nicht stören lassen, ich nickte. Ein Nachteil dieses Quartiers. Es klingt recht unheimlich. Aber ich war mit meinem Gedanken ganz bei meiner Niederschrift. Haas stand auf, trat an das rechte Fenster, schlug den Vorhang etwas beiseite und meinte nach einer Weile, es ist sehr schwül. Dort im Süden Wetter leuchtet es. Ich glaube, es gibt ein Gewitter. Der Himmel ist ganz bedeckt. Kein Lüftchen regt sich. Das Zelt der Menagerie sieht wie ein heller Sandberg aus. Hinter der Leinwand schimmern nur die hellen Flecke von drei Laternen. Ich stellte es mir recht aufregend vor, dort die Nachtwache zu haben. Inmitten all der Bestien, die hinter ihren Gittern weiß Gott, welche Gedanken ausbrüten. Armes Viehzeug, einst Herren der Wildnis, Bewohner der freien Unendlichkeit, jetzt angewiesen auf wenige Quadratmeter Raum. Ah, sollte. Er war mit zwei langen Schritten an den Sofatisch getreten und drehte die Lampe aus. Entschuldigen Sie, Schraut, ich habe da drüben eine Gestalt bemerkt, die das Zelt umschleicht, einen Mann mit Turban. Es kann nur der Flüchtling Tolutawa sein. Welche Harmlosigkeit, welche Unerfahrenheit von dem Malain, diese auffallende Kopfbedeckung beizubehalten. Man merkt, dass er wohl klug, aber nicht gerieben ist, dieser groß karierte braune Dandy. Er hatte das schnell geflüstert, stand nun wieder am Fenster. Auch ich erhob mich, tastete mich bis zu ihm hin. Er ist verschwunden, meinte Harst. Morgen will die Polizei mit einem Rostocker Polizeihund auf ihn Jagd machen, erzählte mir der Meeresblick Portier. Es dürfte zu spät dann sein. Wir bekommen sicher ein Gewitterregen. Wollen wir ihn nicht... Wie, etwa fangen, unterbrach er mich? Nein, noch nicht. Ich dachte an die Banknot. An die Mitteilung der Baronin an Tolu Tawa, ihren Vertrauten. Ja, es schien undenkbar, dass er seine frühere Herren getötet haben sollte. Zumal, da wurde meine Gedankenreihe je unterbrochen. Von der Menagerie her war ein halb erstickter Schrei an mein Ohr gedrungen, und gleichzeitig hatte Harst meinen Arm mit hartem Griff umspannt. Das war ein Hilferuf aus menschlicher Kehle, flüsterte Harst. Schnell, unsere Hüte und Revolver. Als wir über den freien Platz die kurze Strecke bis zu dem Riesenzelt hingiefen, brüllten die Löwen besonders laut, wurden aber sofort wieder still. Auch ein seltsames Fauchen hörte ich, mir bis dahin unbekannt. Es sind die Gesunder Tiger, raunte Harst mir zu und kroch unter einem der Geräte Wagen. Ich wette, Tolutawa ist im Zelt, denn dieses Fauchen ist ein Zeichen der Freude des Wohlbehagens. Er betastete die starke Leinwand. Der Wagen war ganz dicht an diese herangeschoben, wohl als Schutz gegen zu starken Winddruck. Dann zog Harst sein Taschenmesser. Ich hörte die große Klinge dieses Jagdmessers in die Feder, die sie dann festhielt einschnappen. Das kennzeichnende Geräusch von Leinen, das man zerschneidet, verriet mir Harsts weitere Absichten. Er schlüpfte dann als erster hinein durch das dreieckige Loch, hatte mir noch zugehaucht kein Geräusch. Wir kommen unter dem Affenwagen durch. Der beißende Geruch, der in jeder Wandermenagerie herrscht, drang mir in die Nase. Vor mir sah ich einen breiten, waagrechten, hellen Strich und darin die dunklen Räder der Wagen, so wie Harst auf allen Vieren sich vorwärts bewegende Gestalt. Wir erreichten bald die Bänke für die Zuschauer vor den Dressurkäfigen. Nun waren wir geborgen. Wir setzten uns auf den Boden und schoben vorsichtig die Köpfe über das Sitzbrett, das wie ein Tiger. Gerade davor hing an einem der Zeltmasten eine große Petroleum-Laterne. Meine Augen gewöhnten sich schnell an die ungewisse Beleuchtung. Ich blickte hierhin und dorthin. Von dem Malein keine Spur. Auch sonst nichts Auffälliges. Harst puffte mich leicht in die Seite. Die Tiger sind in einem kleinen Verschlag, flüsterte er. Seinen Mund dicht an mein Ohr bringend und Tulutawa in dem Großen. Er ist soeben durch die Tür eingetreten. Er muß die Bestien gerade in den kleinen Verschlag gelockt haben, als wir sie fauchen hörten. Näher heran schraut, aber um Himmels Willen leise. Der Malaye im Käfig? Was wollte er dort? Doch mir solche Fragen zu stellen, dazu hatte ich keine Zeit. Harst kroch schon unter den Bänken hervor. Auch ich hatte Tulutawa nun bemerkt. Er stand im Hintergrunde des Käfigs und schien zu lauschen. Seine reglose Gestalt zerfloß fast mit dem Halbdunkel dort in eins. Ich folgte Harst. Er war mir gut drei Schritt voraus. Er hielt auf den Löwen Käfig zu, wollte dann wohl rechts abbiegen und so vor den Tiger Wagen gelangen. Aber er hatte mit den Löwen nicht gerechnet. Am Tage mochten sie an die vielen Gaffer längst gewöhnt sein, nachts aber kannten sie bisher nur ihre Wärter. Nun witterten sie uns, sahen unsere zusammengeduckten Gestalten, wurden immer unruhiger. Nicht, daß sie brüllten, nein, sie drängten sich dicht am Gitter zusammen, steckten die Nase durch die Eisenstäbe, schnüftelten laut. Und so eine Bestie, die windend die Luft einzieht, ist wie ein saugender Ventilator. Dann wichen sie plötzlich zurück, dann ein kurzes Aufbrüllen, ein dumpfer Krach. Einer der Löwen war gegen das Gitter gesprungen, der Wagen erzitterte, war dann schwer zurückgeplumst. Unwillkürlich sah ich nach rechts. Und dort drückte jetzt der Malaya sein Gesicht an die eisernen Stäbe, blickte nach uns hin. Auch Harst hatte ihn bemerkt. Schnellte hoch, riß den Revolver aus der Tasche, rief »Tolo Tava« halb laut Englisch zu, »Halt, rühre dich nicht! Wir sind nicht deine Feinde, aber wir...« Weiter kam er nicht. Der Malaya war im Hintergrund des Käfigs verschwunden, die niedrige schmale Tür dort hatte er aufgelassen, und nun vernahmen wir ein metallisches Kreischen. Er öffnete die Falltür des Verschlages, kam's über Harsts Lippen, sein Gesicht war ganz starr. Dann schlüpfte er plötzlich unter den Wagen. Ich ihm nach. Ich wollte ihn nicht allein lassen bei dem, was er vorhatte. Vielleicht eine Gefahr, wie sie ihm bisher nicht gedroht. Ich stieß mit dem Kopf gegen den Balken. Was tat's? Nun stand ich in dem schmalen Gang zwischen Wagen Rückwand und der Zeltwand. Nun blitzte Harsts elektrische Taschenlampe auf, denn hier war nicht die Hand vor Augen zu sehen. Die schmale Käfigtür war ganz zurückgelehnt. Harst packte sie, wollte sie zuschlagen. Da tauchte in der viereckigen Öffnung der Kopf eines Tigers auf. Die Bestie duckte sich. Harst, rief ich warnd, Harst, ein Aber auch er hatte die große Katze gesehen. Sein rechter Arm holte aus, beschrieb einen Kreis. Mit dem Kolben des Revolvers traf er den durch den weißen Lichtkegel geblendeten Tiger gerade auf die Nase. Ein Aufheulen, ein schmetternder Krach. Die Bestie war zurückgewichen und Harst hatte blitzschnell die Tür zugeworfen. Ein nettes Abenteuer, schraut, meint er flüsternd. Überzeugen sie sich jetzt, ob beide Tiger in dem großen Käfig sind. Rufen sie mir unter dem Wagen durch Bescheid zu. Ich will die Falltür schließen, damit Sellaheim nicht ahnt, was hier vorgegangen ist. Die Bestien waren beide in der großen Abteilung. Die Falltür glitt herab und gleich darauf war Harst neben mir. Suchen wir nach dem Wärter, meinte er. Ich glaube nicht, daß der Malaya ihn getötet hat. Er wird ihn nur betäubt haben. Und wir fanden ihn. Er lag hinter den beiden großen Holzkisten, in denen die Riesenschlangen in Decken gehüllt aufbewahrt wurden. Er war gefesselt, geknebelt, mit einem alten Teppich bedeckt und ohne Bewusstsein. Harst fühlte nach dem Puls, befühlte den Kopf des rotbärtigen Mannes. Wir erkannten in ihm den Panther Dresseur. Er hieß Svetzen und war ein Däne, wie uns Sellaheim erzählt hatte. Ein Hieb gegen den Hinterkopf, nein, Zweihiebe erklärte Harst. Aber der Puls geht ruhig und voll. Der Mann wird sehr bald wieder zu sich kommen. Entfernen wir den Knebel. Im Übrigen lassen wir ihn liegen, wo und wie er liegt. Ich war damit nicht einverstanden. Er ist sehr eng gefesselt, wollen wir nicht, nein, das wäre ein Fehler. Gehen wir. Wir haben Glück gehabt. Hätte uns jemand hier gefunden, wäre der stand ihn nicht. Spätere Erfolg welcher? Als wir über dem Platz in weitem Bogen unserem Hause zuschritten, fasste Harst mich vertraulich unter den Arm. Schraut, war das nicht wirklich ein Moment, wie man ihn sonst nur in den Dschungeln der Sunder Inseln erleben kann? Meint er fast begeistert, der Kopf des Tigers so nahe und dann der Hieb. Ich möchte dieses Erlebnis Fenster in unser dunkles Zimmer, Harst voran. Er blieb dann plötzlich stehen, so plötzlich, dass ich gegen ihn rannte. Hier war soeben noch jemand, ein Fremder, ein Eindringling, sagte er hastig, und seine Taschenlampe blitzte auf, wurde hierhin dorthin gerichtet. Hörten sie denn ein verdächtiges Geräusch, fragte ich unsicher. Nein, Schraut, ich daß jemand in diesem Zimmer sich aufgehalten haben mußte, noch vor kurzem. Riechen sie, was riechen sie? Ah, der üble Dunst eines schwelenden Lichtdochtes erfüllte die Luft. Haas trat erst an seinen Nachttisch, dann an den Meinen, befühlte bei jedem der Leuchter die Docht Enden. Ihr Licht hat gebrannt, schraut. Da, das Dearin ist noch weich oben, der Docht warm und weich, erklärte er kurz. Schauen sie unter die Betten, stecken sie die Hängelampe an. Er selbst ging nach der Zimmertür. Sie ist von innen verschlossen und verriegelt, wie vorhin. Da haben wir es ja. Unsere Koffer sind erbrochen. Sehen Sie, da liegen unsere Theaterrequisiten, Bärte, Perücken, der Kasten mit den Schminken. Es hat sich jemand überzeugen wollen, ob wir auch wirklich harmlose Bankbeamte sind. Und dieser jemand, er erwartete von mir die Fortsetzung. Kann nur Peter Bleulenhock gewesen sein, der Ingenieur aus dem Meeresblick? Vollendete ich sofort, leuchtete unter mein Bett und erhob mich, fügte hinzu, hier ist niemand mehr. Nein, nur ein Zettel liegt hier auf dem Tisch, ein beschriebener Zettel, lieber Schraut. Ich stellte mich neben ihn und er las vor. Wir warnen Sie, schon in Berlin waren Sie hinter B.V.D.br.her. Sie sind Harst und Schraut. Lassen Sie die Finger von dieser Angelegenheit. Sie setzen sich zwecklos der größten Gefahr aus. Das klingt wie ernst gemeint, lächelte Harst. Dann fuhr er nachdenklich er fort, mit Bleistift geschrieben, Handschrift offenbar nicht verstellt, der Bläulenhock fühlt sich sehr stark, ein nicht zu verachtender Gegner. Warten Sie hier, Schraut, ich will nach dem Hotel Meeres Blick. Eine Jagd im Auto. Kaum war er gegangen, als der erste stärkere Donnerschlag ertönte. Und als er nach etwa einer Viertelstunde zurückkehrte, goss es in Strömen, aber nur wenige Minuten. Er schüttelte die Tropfen vom Hut, er keuchte etwas. Ich bin gelaufen, hastete er hervor. Packen Sie die Kofferschraut. Der Meeresblick Portier hat mir für ein Trinkgeld von 50 Mark versprochen, uns ein gutes Auto in spätestens zehn Minuten hierher zu schicken. Los, packen Sie! Ich will derweil an Sellerheim schreiben und dem Brief gleich 500 Mark beifügen. Nachher gab er mir den Brief zu lesen. Im Vertrauen auf strengste Diskretion. Ich biete Ihnen 2000 Mark, wenn Sie unverzüglich Ihre Menagerie wieder nach Potsdam verladen lassen. Benutzen Sie einen Extrazug, aber alles unauffällig. Schlagen Sie Ihr Zelt dann wieder in Potsdam dort auf, wo es vor etwa zwei Wochen stand. Lassen Sie fortan nachts die Menagerie stets durch zwei Leute bewachen. Näheres später. Mein Name bürgt Ihnen für die restlichen 1500 Mark. Einer der beiden Bankbeamten von gestern. Harald Harst, Liebhaber Detektiv, Diskretion gegen jeden. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Er schwieg sich jedoch aus, klebte den Umschlag zu, schrieb die Adresse. Dann fuhr auch schon das Auto vor. Wir sahen zum Fenster hinaus. Harst rief dem Chauffeur zu, ein Augenblick noch. Dann lief er nach der Menagerie hinüber, um den Brief abzugeben. Ich bemerkte hinter der Leinwand wandernden Lichtschein. Man suchte vielleicht nach Svenzen. Harst war sofort wieder zurück. Unsere Frau Strick machte mit uns ein gutes Geschäft. Harst legte auch hier Geld auf den Tisch. Also nach Berlin, Chauffeur. Und wenn wir das andere offene Auto einholen, das etwa 20 Minuten Vorsprung hat, bekommen Sie 100 Mark extra. Los denn! Er stieg ein. Ich setzte mich neben ihn auf den Rücksitz. Es war ein neuer Wagen, geschlossen, sehr lang gebaut. Als der Chauffeur dann die Chaussée erreicht hatte, als die Bäume an uns wie ein endloser Zaun scheinbar ganz eng zusammenstehend vorüberflogen, atmete Harst tief auf. So, meinte er, wenn wir nun nicht gerade eine Panne haben, so werden wir Peter Bläulenhoek einholen. Er streckte die Beine behaglich aus und schaltete die elektrische Birne an der Decke ein. Ein eleganter Wagen. Der Portier hat das Trinkgeld verdient und der Chauffeur versteht sein Geschäft. Er reichte mir sein Zigaretten Etui. Bedienen Sie sich. Diese Nacht ist eine Miraculum wert. Ein herrlicher Beruf, lieber aber Detektiv. Ich sehe es immer mehr ein. Er blies Rauchringe. Unser Fall lässt sich mit diesen grau-blauen Ringen vergleichen, die erst ganz winzig sind und sich dann immer mehr ausdehnen, wachsen, wachsen, bis sie sich in nichts auflösen, in ein trübes Gewoge. Unser Fall begann mit der Plakatsäulenanzeige und jetzt ist daraus ein Ungeheuer mit vielen Armen geworden, von denen jeder ein Geheimnis für sich festhält. Mein Vergleich hinkt. Würde dieses Problem ein trübes Gewoge bleiben, hätte ich meine Wette verloren. Das darf und wird nicht sein. In der Menagerie, ganz unvermittelt wechselte er das Thema, ging auf Einzelheiten unseres Falles über. War alles in Aufregung. Svenson sollte abgelöst werden, durch den anderen Dompteur. Der fand ihn nicht. Hatte Sellerheim geweckt. Ich gab diesem den Brief und verschwand schleunigst wieder. So, das wäre das eine. Und nun zu dieser Jagd auf Bleulenhoek. Ich kam zum Hotel. Da ratterte gerade ein Auto fort, dem der Portier und der Ober nachdienerten. In wenigen Minuten wusste ich Bescheid. Das Auto gehörte dem Besitzer vom Meeresblick. Der Holländer hatte es für eine Fahrt nach Berlin gemietet, hatte 500 Mark geboten. Das Geschäft kam im Augenblick zustande. Er sagte dem Wirt, ganz dringende Geschäfte, von denen er soeben erst durch einen Freund erfahren hätte, riefen ihn nach Berlin. Die dringenden Geschäfte hängen natürlich mit der B.V.D. Brr. Strich Baronin Vandenbroek zusammen. Und ebenso natürlich heften wir uns nun an die Fersen dieses Mannes. Seine Drohungen sind mir gleichgültig. Er sieht nicht so aus, als ob er uns, falls wir ihn einholen, niederknallen wird. Und wir müssen ihn einholen. In Berlin ihn suchen. Stecknadel im Heuhaufen. Er beugte sich vor und schaute zum Türfenster hinaus. Der Himmel klärt sich auf, sehr günstig für uns, meinte er. Jetzt nur keine Panne, nur das nicht. Sie haben ja vorhin eine Romandisposition über den Tigerwagen entworfen, lieber Schraut. Zeigen Sie doch mal her. Derweilen lesen Sie mal hier diese beiden Anzeigen aus der Frankfurter Zeitung und den Stettiner Neuesten Nachrichten, dann diesen Artikel aus dem Berliner Kurier. Er holte die Blätter aus der Manteltasche hervor und deutete auf die betreffenden Stellen. Die Anzeigen in der Frankfurter und Stettiner Zeitung waren gleichlautend. 20.000 Mark Belohnung dem, der das Perlmutterkästchen mit Inhalt zurückgibt oder die Rückgabe veranlasst, nötigenfalls auch höhere Belohnung. Diese Annonce war also eine Erweiterung der Plakatanzeige und zwar insofern, als hier von einem Inhalt des Kästchens noch die Rede war. Dann der Bericht aus dem Kurier. Mord an der Baronin Vandenbruck. Hierzu können wir noch folgende Einzelheiten bringen. Der Chauffeur der Baronin hat ausgesagt, dass diese im Hause Linkstraße 233 häufiger eine Modistin aufgesucht hätte. Nun gibt es aber dort keine Modistin, auch in den Nachbarhäusern nicht, so dass die Polizei augenblicklich dabei ist aufzuklären, mit wem die Ermordete in einem dieser Gebäude in Verkehr gestanden hat. Sachdienliche Angaben hierzu nimmt Kommissar Müller 1 Präsidium Zimmer 22 entgegen. Weiter hat sich der Privatdetektiv und frühere Kriminalkommissar Schirmer gemeldet und ausgesagt, eine Dame, auf die die Beschreibung der Baronin zuträfe, wäre verschleiert bei ihm gewesen und hätte ihn beauftragt, in Berlin nach einem Österreicher zu suchen, der unter den verschiedensten Namen auftrete und folgende besondere Kennzeichen hätte. Sehr schmale gerade Nase, sehr schlanke zarte Hände, Vorliebe für Brillantringe, tiefe Narbe über der Nase, zumeist blonder Spitzbart. Hier ließ ich die Zeitung sinken. Das war ja ohne Zweifel unser Peter Bläulenhoek. Ich schaute hast an. Der las aber scheinbar eifrig meine Romandisposition. Daher tat ich dasselbe mit dem Kurier. Herr Schirmer hat weiter angegeben, die Baronin hätte ihren Namen verschwiegen und ihm gedroht, ihm den Auftrag sofort zu entziehen, wenn sie merken sollte, dass er ihr nachspüre. Er habe dies daher auch unterlassen. Zuletzt habe er sich mit der Baronin am Mordtage mittags gegen ein Uhr vor dem Seitenausgang des Kaufhauses des Westens getroffen. Die Baronin sei noch ängstlicher als sonst gewesen und habe ihm anvertraut, dass sie stets und überall Spione zu fürchten hätte. Leider konnte er ihr jedoch auch damals nur mitteilen, dass seine Nachforschungen nach dem Österreicher bisher vergeblich geblieben wären, worauf sie ihm weitere 500 Mark ausgehändigt und gebeten hatte, die Ermittlungen mit größtem Nachdruck zu betreiben und ihr nach drei Tagen an derselben Stelle erneut Bescheid zu geben. So der Detektiv, der Gatte der Baronin, holländischer Staatsrat und Exzellenz, früherer Distriktchef der Residentschaft Sundarbar auf Sumatra, niederländisch Indien, ein kränklicher älterer Herr, der sich zur Zeit im Sanatorium Lindenhof in Zehlendorf bei Berlin befindet, vermag zu alledem nichts aufklärendes auszusagen. Er gibt zu, sich vor kurzem von seiner Gattin getrennt zu haben, weil er Grund zur Eifersucht gehabt hätte. Nähere Auskunft über diesen Punkt verweigerte er. Was schließlich den Mord selbst angeht, so sei erwähnt, dass die Obduktion der Leiche eine Stichwunde durch ein stark verrostetes, stumpfes Instrument ergeben hat. Das Herz ist gestreift worden. Der Stoß ist etwas von rechts hinten gekommen. Der Malaya Tolutawa konnte bisher nicht ermittelt werden. Zu der Kammerzofe der Baronin hat er kurz nach seiner Entlassung geäußert, er beabsichtige, in seine Heimat zurückzukehren. Ich reichte Harst die Zeitungen zurück. Eine Menge Neues, meinte ich, und sehr viel überaus Wichtiges, lieber Schraut. Ihre Disposition ist nicht schlecht. Sie können noch hinzufügen, dass wir jetzt die Menagerie nach Potsdam bestellt haben, weil ich hoffe, so den Kernpunkt all der Geheimnisse bloßzulegen. Ah, da ist schon Rostock. Ich habe hier auch mal zwei Semester studiert und jetzt sehe ich es auf der Jagd nach dem Manne mit den schlanken weißen Händen wieder. Übrigens, schaut, wenn ich vorhin sagte, dass dieser angebliche Bläulenhoek in Geschäften der B.V.D. nach Berlin eilt, so war das etwas ungenau. Ich hätte sagen müssen, er wird den Kurier ebenfalls gelesen haben, hat uns beobachtet, ist dann in unser Zimmer geklettert, fand hier durch die Theaterrequisiten seinen Verdacht bestätigt, dass wir dieselben Leute wären, die bei der Klasen vorher gewohnt hatten und hielt es daher für angebracht Warnemünde, schleunigst den Rücken zu kehren, nachdem er uns noch die Warnung zurückgelassen hatte, die nur seine Angst vor uns bemänteln sollte. Er glaubte, mit dieser Flucht im Auto uns für immer losgeworden zu sein. Damit, dass wir ihn schon als bläunenhoh kannten, rechnete er nicht. Er gehnte, ich kenne das, das heißt schweigen. Schade, ich hätte noch so unendlich viel zu fragen gehabt. Er tat, als ob er zu schlafen versuchte. Er hatte auch die Deckenbirne ausgeschaltet, aber ich war sicher, dass er genau die Straße beobachtete. Wir hatten Rostock längst hinter uns. Unser Wagen fraß die Kilometer. Die Morgendämmerung begann. Ich war hundemüde, aber ich hielt mich munter. Dörfer Städtchen passierten wir, dann trafen wir gegen fünf Uhr einen Möbelwagen, der uns entgegenkam. Harst ließ halten, fragte den Kutscher nach dem offenen Auto aus, in dem ein einzelner Herr säße. Vor vielleicht fünf Minuten kam es an mir vorbei. Es fuhr nicht allzu schnell, erklärte der Mann. Hurra meinte Harst leise. Der Chauffeur noch zehn Mark extra, wenn wir's in der nächsten Stunde haben, rief er. Wir rasten weiter. Das Tempo war lebensgefährlich. Unser Chauffeur saß vorn ganz krumm wie ein Rennfahrer. Ein neues Dorf vorbei. Vor uns eine weite Strecke ohne Krümmung. Und gleichzeitig erblickten wir den Flüchtling. Harst riss die kleine Scheibe vorn auf, brüllte, Chauffeur, vorüberfahren, ein gutes Stück, dann Panne markieren und unseren Wagen quer über den Weg stellen. Wir sausten an Bläulenhoek vorüber. Die Chaussée machte bald eine Krümmung und nun hielten wir, stiegen aus, taten als ob der Reifen des linken Hinterrades geplatzt wäre, arbeiteten daran herum. Der andere Wagen nahte. Harst und ich hatten unsere Bärte und Perücken schnell entfernt, worauf unser Chauffeur pfiffig lächelnd erklärte, ich ahnte, wen ich fuhr, Polizeibeamte. Na, so ähnlich, nickte Harst, winkte nun dem offenen Auto zuhalten. Es kam langsam heran. Können Sie uns mit einem Reifen aushelfen? fragte Harst unseren Freund Bleulenhock und trat ganz dicht hinzu. Da stellte der fremde Chauffeur den Motor ab, sprang auf die Chaussée und stellte sich an die Seite seines Wagens. Bleulenhock zuckte die Achseln. Weiß ich nicht, mir gehört dieses Auto nicht. Nein, dem Wirt vom Meeresblick, Herr Peter Bleulenhock, meinte Harst, zog den Revolver und hielt ihn dem Flüchtling vor die Brust. Keinen Widerstand, sie kennen mich ja. Sie sind mir in Berlin schon heimlich bis zu meiner Wohnung gefolgt, als sie merken, dass ich Interesse für die Baronin hätte. Anders können sie nicht erfahren haben, wer wir sind. Dann folgen sie uns auch in demselben Zuge nach Warnemünde. Jetzt werden sie von der Berliner Polizei gesucht, außerdem auch noch von dem Privatdetektiv. Und nun gab's doch auch mal für Haast eine Überraschung, denn jetzt unterbrach ihn der fremde Chauffeur. Ja, von einem Privatdetektiv, nämlich von mir. Und da erkannte ich den früheren Kriminalkommissar Schirmer rief rief, Herr Schirmer. Allerdings Schirmer, der die Baronin heimlich durch seine Leute doch beobachten ließ, und zwar gerade von dem Mordtage an. So wurden wir auf Bläulenhoek aufmerksam, so sah einer meiner Angestellten, dass er ihr in einem zweiten Auto nach dem Zoo folgte, dann verlor sich seine Spur, bis ich gestern Nachmittag herausbrachte, dass er nach Warnemünde gefahren. Ich stieg im Meeresblick ab, informierte den Wirt, und so konnte ich denn jetzt Chauffeur spielen, und diesen Mann, der gleichfalls des Mordes stark verdächtig erscheint, höchst eigenhändig nach dem Berliner Polizeipräsidium schaffen. Wenn ich der Polizei bisher nicht alles sagte, was ich über ihn wusste, nun, wer lässt selbstgezogene Früchte gern von anderen pflücken? Im Übrigen freue ich mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Er hasst. Bleulenhoek saß mit einem höhnischen Lächeln da. Sie irren, verehrte Herren, ich habe die Baronin nicht ermordet, meinte er sehr ruhig, ich habe Zeugen, dass ich's nicht gewesen sein kann, ich gebe zu, ihr gefolgt zu sein, aber über ihren Tod war ich genauso entsetzt wie die anderen Leute, die nachher die Leiche umstanden. Und der Oberlehrer Münzfeld wird bestätigen müssen, daß ich ihn schon am Eingang des Zoos um Feuer bat und daß wir dann gemeinsam im Gespräch weitergingen und auch zusammenblieben, bis der Mord entdeckt wurde. Über alles andere werde ich jede Aussage verweigern. Und man wird mich freilassen müssen, denn ich habe nichts Strafbares begangen. Ich bin wirklich Holländer und Ingenieur. So, wir können weiterfahren. Je schneller wir nach Berlin kommen, desto eher werde ich ihre mir unerwünschte Begleitung los. Das Lächeln Buddhas Leider behielt Bläulenhoek recht. Als Harst am Tage nach unserer Autorückfahrt nach Berlin von einem Besuch im Polizeipräsidium heimkehrte, sagte er zu mir, Lieber Schraut, soeben ist Peter Bläulenhoek entlassen worden. Seine Angaben sind sehr genau nachgeprüft, aber sämtlich als richtig festgestellt. Weshalb die Baronin den Detektiv Schirmer hinter ihm dreingehetzt hat, darüber erklärte er, nichts angeben zu können. Na, es ist dafür von der Polizei aus gesorgt, dass er auf meine Bitte hin keinen Schritt mehr unbeobachtet tun kann. Wir haben ihn also jeden Augenblick wieder zur Verfügung. Die Herren im Präsidium suchten mich natürlich auszuholen, ob ich etwas mehr wie sie über den Mord wüsste. Ich konnte mit bestem Gewissen sagen, nein, denn über den Mord bin ich mir noch im Unklaren. Es ist heute so schönes Wetter, schraut, fahren wir mal nach dem Zoo und sehen wir uns den Tatort an. Wir standen vor dem Affenhaus. Der Wärter, der Pflegevater der hier untergebrachten Vierhänder rauchte eine harsche Importe und klärte uns über jede Einzelheit auf. Die Baronin kam sehr oft hierher, weil ihr Mann doch der frühere Besitzer des Schimpansen Jimmy dort war, den ein Händler dann hier an uns weiterverkaufte, berichtete er unter anderem. Die Baronin war sehr tierlieb und es ist ihr wohl schmerzlich gewesen, den Schimpansen abgeben zu müssen, dem sie so allerlei Kunststücke beigebracht hatte und den sie hier immer mit Leckereien fütterte, durch das Gitter streichelte und liebkoste. Sehen Sie, das Tier ist auch sehr zutraulich da. Es streckt schon wieder die Pfote bittend durch das Gitter. Man kann ihm ruhig die Hand geben, auch den Kopf kraulen. Harst tats, schickte mich dann zum nächsten Schokoladenautomaten und hielt dem Schimpansen mit freundlichen Worten ein Stück Schokolade hin. Der Orang-Utan im Nebenkäfig hatte bisher zähnefletschend im Hintergrund gesessen, flog jetzt aber mit einem Wutschreiner vorn und rüttelte wie toll an den Stäben. Ein gefährliches Biest, meinte der Wärter. Und Kräfte hat er unglaublich. Letztens hat er doch oben einen Eisenstab des Dachgitters losgerissen. An einer Seite. Und dann aus den Löchern die Querstäbe herausgedreht. Harst bezweifelte dies etwas. Der Stab wird lose gewesen sein, sagte er, ohne Werkzeug, ich bitte Sie. Der Wärter lief fort und holte das lange Eisenstück. Es maß über zwei Meter. Es war nicht leicht, es ihm wegzunehmen, sagte der Wärter. Erst die Wasserspritze half. Harst fragte noch dies und jenes. Dann verließen wir den Garten. Ich will noch den Professor Rögler aufsuchen, meinte er. Er kennt den Baron genauer und ist auch Mitglied des Universum Clubs. Vielleicht weiß er Näheres über die Eifersuchtszenen. Denn er war's, der damals im Club darüber sprach. Sie erinnern sich, Schraut? Club Klatsch, wie ich es nannte. Ich kehrte nach Hause, nach unserer Blücherstraße zurück. Dort fand ich zu meinem Erstaunen den Menageriebesitzer Sellerheim vor. Er erzählte, dass er genau nach Harsts Wünschen sich gerichtet hätte. Wir beginnen schon heute Abend mit den Vorstellungen in Potsdam. Ich bekam zum Glück in Warnemünde sehr bald einen Extrazug. Ob die Polizei dort mit der Hundenachsuche was erreicht hat? Nein, nichts. Es steht ja auch schon in den Zeitungen, dass der Malai spurlos verschwunden ist. Er wartete dann auf Harst, der sehr erfreut über Sellerheims Anwesenheit war. Wir werden die Abendvorstellung besuchen. Wir beide und noch ein paar Herren bester Sellerheim, sagt er liebhaft. Nach der Vorstellung werden wir uns unter den Bänken verbergen. Aber ihre Leute müssen reinen Mund halten. Verstanden? Das ist die Hauptsache. Vielleicht werden wir mehrere Abende hintereinander kommen, bis wir Erfolg haben. Über Tulutawa weiß die Polizei jetzt doch etwas Neues, wie ich heute erfuhr. Er hat sich ganz geschickt als Mausfallenhändler herausgeputzt, bei einem Bahnbeamten in Warnemünde erkundigt, wohin die Menagerie transportiert wäre. Der Beamte gab ihm ahnungslos Bescheid. Erst nachher fiel ihm ein, dass der Mausefallenhändler vielleicht jener Malai sein könnte. Als wir allein waren, meinte Harst, wir würden sehr wahrscheinlich heute und morgen umsonst eine Nacht in der Menagerie durchwachen. Ich rechne erst mit einem späteren Erscheinen Tolut Havas, lieber Schraut, da er vielleicht zu Fuß sich bisher durchschlagen muss. Aber aus Vorsicht wollen wir schon heute mit der Beobachtung des Tigerwagens beginnen. Wir Kriminalkommissar Müller 1, Detektiv Schirmer und Professor Rögler, der gern dabei sein möchte. Ich teile ihn jetzt im Vertrauen mit, dass ich nunmehr das ganze Problem bis auf Kleinigkeiten gelöst habe. Auch den Mord mit einbegriffen. Es sieht, wenn man die Zusammenhänge erst kennt, geradezu lächerlich einfach aus. Sie werden ja bald selbst darüber urteilen können. Die Menagerie lehrte sich, nur fünf Zuschauer blieben zurück und das waren wir fünf. die Eingeweihten. Die Petroleum-Laternen wurden angezündet. Das elektrische Licht erlosch. Auf Harst Wunsch wachte nur ein Mann jetzt die Nacht über, und zwar Svenzen, der Dompteur, den Harst mit ins Vertrauen gezogen hatte. Svenzen sollte in der lauen Nacht möglichst viel vor dem Zelt auf und ab gehen und nur zuweilen innen nach dem rechten sehen. Außerdem hatte Harst die beiden Tiger in den kleinen Verschlag einsperren lassen. Wir fünf hatten es unter den Bänken ganz bequem. Sellaheim hatte uns Wagenpolster gegeben, sodass wir weich, wenn auch zusammen geduckt da saßen. Es wurde ein Uhr. Nichts ereignete sich. Soeben hatte Svenzen wieder die Runde im Zelt gemacht und war nun wieder draußen. Da ein ganz leises Geräusch vom Tigerkäfig her, das wie das Kreischen von Türangeln klang. Harst, der ganz vorn unter der zweiten Bank hockte, kroch plötzlich nach links davon. Wo er blieb, konnte ich nicht sehen. Meine Aufmerksamkeit galt jetzt ausschließlich dem Tigerwagen. Abermals von dort her das Kreischen. Dann war's mir, als bewegte sich etwas dort, wo die schmale Tür in der Rückwand lag. Und nun tatsächlich, es war eine Gestalt, die sich aus der Dunkelheit herauslöste, die lautlos bis zur Mitte des Käfigs huschte, sich bückte, niederkniete, und nun ein Messer in die Bretter des Fußboden zu stoßen schien. Die Laterne war heute absichtlich so gehängt worden, dass ihr Schein nur die Rückwand nicht traf. Wir konnten also sehr gut beobachten, was in der großen Abteilung vorging. Jetzt hob der Mann ein Dielenstück heraus. Es ging sehr schwer. Das Brett war fest eingeklemmt. Jetzt griff er mit der Hand tief in den Zwischenraum zwischen dem doppelten Bodenbelag hinein. Jetzt tauchte hinter ihm Harst auf. Ein Ruf des höchsten Schrecks. Harst hatte den Malein beim Genick, rief, Schraut, hierher, und die Riemen mitbringen. Tolutawa wehrte sich wie ein Verzweifelter. Es half ihm alles nichts. Ihm wurden die Arme auf dem Rücken gefesselt und dann führten wir ihn nach dem Bänken hin, wo er sich niedersetzen mußte. Svensen kam und schaltete eine der elektrischen Lampen gerade über uns ein. Blendende Helle beleuchtete die, die um den jetzt in einer Art Zigeunertrakt steckenden Malein versammelt waren. Harst lehnte an dem nächsten Zeltmast. Ich bin den Herrn einige Erklärungen schuldig, begann er. Der Mord an der Baronin hat mit diesem Experiment, dem sie soeben beiwohnten, nicht das geringste zu tun. Der Mörder ist kein Mensch, ist ein Tier. Der große Orang Utan des Berliner Zoologischen Gartens. Die Baronin pflegte den Schimpansen Jimmy im Nebenkäfig zu füttern. Der Orang Utan war neidisch, ist auch sehr jähzornig. Er hatte einen Gitterstab von zwei Meter Länge losgerissen. Als die Baronin damals Jimmy wieder fütterte, stieß ihr der Riesenaffe von der Seite diese Eisenlanze in die Brust und riss sie sofort wieder heraus, verbarg sie nachher oben auf seinem Schlafverschlag. Ich habe in Heimlichkeit den Eisenstab von einem Chemiker untersuchen lassen. Er hat an dem einen Ende Menschenblut und Stoffteilchen von rosa Seide festgestellt. Die Todeswunde entspricht durchaus dieser meiner Annahme. Sie rührt ja von einem stumpfen, rostigen Instrument her. Die Polizei wird sich meiner Ansicht anschließen, davon bin ich die Tasche, holte ein Perlmutter Kästchen von eirunder Form mit sehr vielen kleinen dreieckigen Flächen hervor, deren Seitenlinien mit Diamanten so dicht verziert waren, dass das Ganze wie ein großes funkelndes Ei aussah. Er hob den eng schließenden Deckel ab. Auf dem Unterteil ruhte auf einem Bett schwarzer Seide ein hellgrüner Stein von länglicher Form ein Smaragd. Das elektrische Licht ließ ihn wie eine feurige grüne Masse aufglühen, entlockte ihm grüne Strahlen, die ihn wie ein flimmernder Kranz umgaben. Meine Herren, fuhr Haast fort, nicht der Mord an der Baronin hat mich veranlasst, mich mit ihr zu beschäftigen, nein, der Diebstahl dieses Steines war's, Buddhas Lächeln genannt, einst berühmt, in ganz niederländisch Indien als der Hauptschmuck der Statue des Gottes Buddha im Buddhisten Tempel von Sundarbar. Nicht alles über diesen Diebstahl und seine Nebenumstände habe ich ermittelt, immerhin genug, um mir das Fehlende ergänzen zu können, und diese Ergänzungen müssen richtig sein, denn sie fügen sich völlig logisch in das Gesamtbild ein. Der Gatte der Baronin ist ein leidenschaftlicher Edelsteinsammler. Als Beamter der holländischen Kononialregierung stahl er persönlich aus jenem Tempel den kostbarsten Smaragd, den die Welt kennt. Jahrelang hielt er ihn in diesem Kästchen verborgen. Dann heiratete er trotz seines hohen Alters ein jugendschönes Mädchen, der er als Hochzeitsgabe den Stein unter der Bedingung schenkte, ihn niemandem zu zeigen. Die junge Baronin bewahrte ihn stets sehr sorgfältig auf. Trotzdem wurde er ihr vor etwa zwei Wochen gestohlen. Schon vorher hatte sich nun ein angeblicher Österreicher an sie herangedrängt, der von ihr Geld zu erpressen suchte, weil er scheinbar als einziger wußte, wer damals der Dieb des Lächelns Buddhas gewesen. An den Baron selbst konnte er sich nicht wenden, da die Ärzte diesem jeden fremden Besuch strengstens untersagt hatten. Der Baron erfährt, dass seine Gattin mit einem eleganten Herrn eben dem angeblichen Österreicher häufiger zusammen gewesen ist. Inzwischen ist aber auch der Smaragd verschwunden. Es kommt zwischen dem Baron und seiner Frau zu heftigen Eifersuchtsszenen. Er beleidigt sie dabei, sie verlässt ihn. Gewiß, sie könnte leicht jeden Verdacht von sich weisen. Aber sie muß darüber schweigen, was sie mit jenem Herrn zusammengeführt hat, denn sie müßte dabei den Smaragd erwähnen, der samt dem Käste gestohlen worden ist, und sie weiß, dass die Aufregung über diesen Verlust den Baron töten könnte. Zwei Tage nach dem Raube des Steines weiß es der langjährige Diener des Barons, der Malaya Tolu Tawa, so einzurichten, dass sein Herr ihn hinauswirft. Die Baronin, die ihm einmal in Holland beim Baden in der See als vorzügliche Schwimmerin das Leben gerettet hat, hält große Stücke auf Tolu Tawa. Sie ahnt nicht, dass er der Dieb ist, und sie bedient sich seiner dazu, Plakate auswärts drucken zu lassen, die dann hier in Berlin an den Säulen erscheinen. Er muß für sie auch Annoncen in die Provinzzeitungen Einrücken, alle des Perlmutter Kästchens wegen, alle so abgefasst, dass der Baron nicht etwa durch einen Zufall auf sie aufmerksam geworden, ihren Zweck durchschaut. Der Malayel, der indessen nur in der Absicht eine Stellung bei dieser Menagerie gesucht hat, um den Smaragd sicher verbergen zu können, wird von mir in Warnemünde entdeckt. Der Österreicher in Wahrheit Ingenieur Peter Bläulenhoog folgt mir heimlich dorthin. Auch er sucht den Malayen, indem er den Dieb des Steines vermutet, oder aber, diese Frage müsste noch aufgeklärt werden, einen brauchbaren Genossen für weitere Erpressungsversuche sieht. Jedenfalls warnt er Tolutawa vor der ihm drohenden Verhaftung. Des Malayen übergroße Vorliebe für die Tiger, dann sein mehrfacher prüfender Blick beim Reinigen des Käfigs nach dem Dielenbelag hin, erwecken in mir den Gedanken, er könnte dort vielleicht das Lächeln Buddhas vorläufig verborgen haben. Nach seiner Flucht kehrte er in die Menagerie nachts zurück, betritt den Tigerwagen, aus dem wir ihn verscheuchen. Diese Kühnheit, nochmals sich dort zu zeigen, wo er vor wenigen Stunden festgenommen werden sollte, beweist mir, dass der Tigerwagen tatsächlich als verstecktes Stein dient. Und die heutige Nacht hat die Bestätigung hierfür gebracht. Gleichzeitig habe ich aber auch hiermit die Aufgabe gelöst, die meine Wettgegner mir gestellt hatten. Ich habe restlos aufgedeckt, was die Plakatanzeigen mit der Überschrift für das Perlmutterkästchen bedeuteten. Er schritt jetzt auf den zusammengesunken da sitzenden Malayan zu. Tolutawa, ich halte dich für keinen guten Dieb. Sage mir, bist du ein Priester des Buddha-Tempels in Sundabar ausgeschickt, um den heiligen Stein zu suchen und wiederzubringen? Der Malaya richtete sich auf. Er war plötzlich ein anderer geworden. Das Würdevoller Durchgeistigte in seinem Gesicht trat stark hervor. Der Polizei hätte ich's bewiesen, dass ich ein Priester bin, sagte er ebenfalls in englischer Sprache. Du, Tuwan, hast mich auch so als das erkannt, was ich in Wahrheit bin. Kein Dieb, nur einer, der sich holte, was ihm und seinen Brüder in Sundabar gehört. Arst löste seine Fesseln, reichte ihm das Kästchen. Nimm es, es ist dein. Die Geschichte des Tigerwagens ist beendet. Bereits am folgenden Abend kannten wir unsere neue Wettaufgabe. Was treibt die geheimnisvolle